Wenn Sie sich auch engagieren in einem Verein oder einen Verein gründen möchten, um etwas zu tun für die Natur, für die Umwelt, für die Tiere, dann können Sie das gerne tun. Eine finanzielle Unterstützung finden Sie bei der Umweltlotterie genau. Wir kommen zur heutigen Ziehung, denn vor wenigen Minuten wurde die Losnummer, die einmalig vergebene Los-ID, in Wiesbaden gezogen. Und jetzt ist also genau der richtige Zeitpunkt, um den Spielschein parat zu haben. Und die Losnummer, die Los-ID, lautet für heute 14867. Ich wiederhole nochmal, 14867. Das ist also die Nummer für den Hauptgewinn. Und es gewinnt ja nicht nur ein einzelner Teilnehmer, sondern auch ein ganzer Landkreis. In diesem Fall ist das also der Wetterau-Kreis. Und selbstverständlich schauen wir uns die Gewinnausschüttung der heutigen Ziehung an. Einmal werden ausgezahlt 10.000 Euro, einmal 2.500 Euro, viermal 500 Euro, 47 mal 50 Euro, 221 mal 10 Euro und 876 mal 5 Euro. Und neues Los kostet ja auch 5 Euro. Wenn es diesmal nicht geklappt hat, dann vielleicht das nächste Mal. Und es steht auch schon wieder fest, welches Projekt als nächstes unterstützt wird. 5.000 Euro gehen nach Frankenberg an die Schularche Regenbogenschule Frankenberg. Also da lernen Kinder quasi Nistkästen zu bauen etc. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.